Haha, was geht ab? Was geht? Guck mal, hier sind voll viele Pakete. Oh, die müssen wir wegbringen. Okay, okay, okay. Hier steht auf, warte mal, der Anfang. Drop-off Pakete an den Lieferpunkten erreicht das Ende, um deine Punktzahl zu erhöhen. Was? Aber die Straßen sind gruselig. Sei vorsichtig. Warte mal, hier können wir uns natürlich eine Karte holen. Ja, jeder eins oder zusammen eins? Ich weiß nicht. Wir können zusammen eins. Komm rein hier. Pack du das Paket drauf. Pack du das Paket drauf. Okay, warte, warte, ich packe ein Paket drauf. Kann ich hier das Paket nehmen? Ich glaube, wir müssen durch. Ah, durchfallen. Okay, wir fahren durch. Warte mal, lass Pakete an Pumpen mit diesen Fallen und Pumpen zusammen. Ah. Warte, kann ich die wieder zurückbringen? Nee, wir müssen durch. Komm, steig ein hier. Okay, ich steig auf. Ich steig auf. Okay, Paket Nummer eins. Schau mal, wir machen Bette gegen die Links neben uns. Wir haben Bette. Stimmt. Oh mein Gott. Herr Bruder, was war denn da los? Was war denn da los? Nochmal. Ich habe gar nichts gemacht. Das war ja das Ding. Okay, jetzt hier. Los geht's. Nee, nee, nee. Sehr gut. Ja, guck mal, das ist auch viel leichter. Gar nicht voll schwierig. Ist ja viel einfacher. Guck doch mal meinen Weg da unten. Voll schwierig. Guck mal, ob ich hier lenken muss und so. Du musst lenken. Du musst hier richtig krass lenken. Dipp. Da steht Dipp. Achtung. Oh Gott. Wow. Alter. Was soll das denn? Okay, warte. Dann haben wir... Okay, jetzt habe ich das... Jetzt habe ich die Idee. Das Problem ist, bei meinen Sachen müssen wir halt auf jeden Fall auch so unser Tempo reduzieren. Ah. Ich glaube, das ist auch... Lass mich mal wieder fahren, ja? Genau. Dann fahr du mal. Das heißt, du musst auf jeden Fall, wenn da so Dipp oder so steht, musst du auf jeden Fall langsam fahren. Ah. Okay. Weil du hast ja gerade gesehen, wie wir entgleist sind, ne? Ah, lol. Okay, ich sehe auch gerade, wenn man... Das bleibt, das hält sozusagen dann die Geschwindigkeit, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt hier S drücke, ja, jetzt wird es langsam. Wenn ich W tippe, einmal... Jetzt drücke ich einmal. Und dann hält er das sozusagen. Okay. Okay, dann fahren wir ein bisschen schneller hier. Wir wollen auf jeden Fall noch ein paar mehr Pakete abrufen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Vollgas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war richtig cool, Leute. Langsam mal, langsam mal, langsam mal. Oh Gott. Das habe ich noch nicht reingebremst, da. Nein, nein, nein. Ja, alles gut. Weiter, weiter, weiter. Das ist richtig cool, ne? Oh, da ist schon das nächste. Sammel ein, sammel ein. Dip, 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 dip. Achtung, dip. Dip, 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 dip. Und Meter paket hinten drauf. Oh, wow. Ey, warte mal, die Weiche. Nein. Wir müssen die richtig einstellen. Slow, slow, slow. Äh, ähm. Ja. Ja. Nein. Jetzt, jetzt. Alter, das war gerade so knapp, ne? Okay, okay, ich drücke Volldampf. Ich mach Volldampf. Nicht Volldampf. Nicht Volldampf? Leichtes Volldampf. Leichtes Volldampf. Okay, okay, okay. Aber nicht Vollvolldampf. Ich mach nicht schneller als so. Alter. Da oben sind das so Autos, so Paketautos. Ein bisschen schneller kannst du noch machen. Ein bisschen schneller kannst du noch machen. Ist max, ja, oder so, ja. Ist max, 15 ist max Speed. Okay. So, hier, dip, dip, dip. Das heißt, wir haben gleich noch ein Paket hinten drauf. Denk dran, je mehr Pakete noch drauf haben, desto schwerer wird doch unser Kart, ne? Oh, 20 ist vielleicht ein bisschen zu schnell hier für diese Strecke, würde ich sagen. 1, 2, 5, 5. Ah, lieber so. Okay. So, Alter. Drei Stück haben wir jetzt hinten schon drauf geladen. Ah, okay. Klasse Geld. Ey, guck mal die Strecke da hinten. Diese krasse Wallride da hinten. Siehst du das links? Alter, das dreht sich sogar da hinten. Hinter uns jetzt. Hinter uns jetzt. Diese krasse Strecke nach unten. Gerade nach unten. Oh mein Gott. Okay. Wie soll man da denn unterkommen? Alter. Was macht denn der da? Ach, diese Worte gefallen. Oh mein Gott. Ey, die haben voll Wappel. Das waren die von eben, ne? So, okay. Ach, schaffst du es? Ja, wir haben noch ein Paket. Ja, das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Ey, da oben ist schon die Plattform, wo wir das hinbringen müssen, glaube ich, ne? Ja, kriegst du es hin? Hm, ja, ja, ja. Okay, sehr gut. Kein Problem. Und dann jetzt hier schön wieder rüberdüsen. Weiter hier. Schön weiter. Oh. Ich sehe gerade, dass hier irgendwo so eine Packstation... Packstation. Ja, die müsste da oben gleich kommen, ne? Ja, oder? Ja, 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 ja. Da kommt die gleich. Oh mein Gott. Letzte Kurve. Jetzt bloß nicht noch drauf gehen hier. Jetzt, oh Gott. Da steht Achtung durch. Ah. Steht da, schnell. Schnell? Warte mal. Dann müssen wir jetzt schnell durch. Pass auf, könnten wir jetzt nicht... Ne, okay. Mach Fullspeed, Kaspar. Okay, Fullspeed. Das steht schnell. Schneller geht nicht. Gib ihm. Oh, ja. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Oh. Die ganzen Pakete. Oh mein Gott. Die ganzen Pakete. Alter. Ey, hinter uns kommt ein Auto. Jetzt. Nein. Hinter uns kommt ein Postauto. Deswegen schnell, ja. Deswegen schnell. Oh Gott. Achtung, das ist die Paketpolizei. Langsam. Langsam, 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 langsam. Langsam, langsam, langsam. Langsam, langsam, langsam. Oh mein Gott. Ah. Nein, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein, dass wir jetzt einen Meter vorm Ziel da jetzt so drauf gegangen sind. Da bin ich. Langsamer, langsamer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut, Kaspar. Alles gut. Ich mach das hier schön langsam. Oh Gott, ich seh's grad. So. Ich geb jetzt nochmal Gummi. Ja, ja, ja. Gib schonmal Volldampf. Okay, weiter geht's. So, Achtung. Oh, hier. Das ist grad mal mein erstes Paket. Da schießt gleich auf dich. Nein. Oh mein Gott. Ey. Na, was machst du? Warum wartest du denn nicht auf mich? Warum bleibst du denn stehen? Das ging nicht. Ja, natürlich. Du bist ja stehen geblieben. Du kannst nicht Gas geben. So, holen wir uns das Ding mal. Und du das jetzt mit. Und lass den das mit. Ich fahr das hier. Apfelkopf, komm mit mir mit. Lass ihn einsteigen. Lass ihn einsteigen. Komm, Apfelkopf, egal. Der muss ein eigenes Ding nehmen. Ich klau ihm jetzt sein Ding. Ohoho. Ich hab seines geklaut. Oh, weiter geht's. Und der ist eingestiegen. Okay, er ist eingestiegen. Nee, er steckt wieder aus. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott, wow. Komm, komm, komm. Gas, Gas, Gas. Ja, wieder Volldampf, 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 Volldampf. Ich bin im Verkehr drin, Kaspar. Ja, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles ist gut. Bei mir auch alles in Ordnung ist er. Alles ist gut. Ich fahr direkt hinter so'n Ding. Ich fahr direkt hinter so'n Ding. Okay, okay, bei mir auch. Passt, passt, passt. Oh nein. Welche Weiche, welche Weiche. Ja! Erstmal aus dem Verkehr raus. Sehr gut. Welche Weiche hast du genommen? Geradeaus musst du. Du musst geradeaus. Okay, ich hoffe, dass ihr auch das Richtige dann habt. So, ich bin im Verkehr drin. Geradeaus. Ja, geradeaus. Ich hab Links genommen. Haha, ist doch richtig. Ich wollte dich nur veräffeln. Oh, als ob, Alter. Ist doch richtig. Ey, Abstand! Mach ruhig, ja, Bro. Mach ruhig. Boah, hast du mehr Paket als ich. Ich fahr über grün. Ich fahr... Nein! Gas! Oh mein Gott, Alter! Ich hab's einfach noch geschafft. Ich fahr über Rot. Ich fahr über Rot. Ich fahr über Rot. Mach nicht. Ne, egal. Ha, Gangster. Ey, du willst nicht wissen, wer da oben steht. Du willst nicht wissen, wer da oben steht. Wer steht da? Armstrong, den wir einfach schon gesehen haben. Oh Mann, hinter mir! Oh nein! Ich seh es! Es ist noch grün, es ist noch grün. Oh mein Gott. Bremsen. Langsam, langsam. Papa, das ist ein Baller. Oh mein Gott, das war grad echt. Das wär jetzt... Das hätt mir echt grad das Leben gekostet. Oh, Ampel! Guck, Apfelmann, der schafft's nicht! Haha, er drückt nach voll. Ha! Apfelmann! Geht doch gar... Er ist runtergefallen. Okay, jetzt hab ich keinen Druck mehr hinter mir. Alles gut. Was macht denn Armstrong da? Wieso? Er soll mal weggehen. Armstrong? Nein. Der steht jetzt den ganzen Weg oder so, ne? Hä? Wo ist der Weg? Brems! Oh, oh. Hier muss man irgendwas machen. Oh, oh, oh. Okay, der Track ist weg. Was müssen wir hier machen? Ähm... Sind wir falsch gefahren? Äh, nein. Ach, es ist ein unsichtbarer Track. Oder? Es ist ein unsichtbarer Track. Guck mal, das ist ein Paket. Das schwebt da auch. Sag nicht, oder? Oh mein Gott, ja! Yeah! Oh mein Gott! Okay, okay. Dann gehen wir ein bisschen Stulle jetzt hier, ne? Ja, lieber nicht so schnell. Hier kann man auch nicht so schnell. Geschwindigkeitsbamts. Komm, jetzt hier Unsichtbare. Pass auf! Okay, okay. Ja. Die werden die Stunden jetzt antun mit der Geschwindigkeit. Oh, 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 oh. Alles gut. Alles so langsam, Bro. Ja, ich mach hier den langsamen. So, ok. Jetzt aber an. Da kommt Armstrong! Oh nein, ich seh, er ist auch voll dampf weg. Mit Power. Mit Power. Oh, voll dampf! Ich hab Gummis. Ich geb Stunden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, weiter. Oh mein Gott, was kommt da hinten noch? Da kommt so eine krasse Achterbahn noch da hinten. ich bin direkt hinter dir jetzt aber voll dann voll da 70 70 70 70 60 oh mein gott ja so kommen schnell abkoppels ja los geht es hier abflug er hat aber geschrieben er ist abonnenten auf ehre korrekt korrekt ist korrekt okay ich bin direkt hinter dir und los geht's 100 200 oh gott oh gott schnell 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 kann ich was machen oh mein gott was machst du was machst du nein das sieht gut aus ich hab ich hab das musste jetzt ja 80 80 brauchst du 80 brauchst du musst du noch speed haben 80 80 oh gott hier nein langsam hey das verrate ich dir jetzt nicht damit du auch drauf gehst was ist passiert was passiert auf einmal was denn ist nichts passiert bei dir nicht okay bei mir schon ja ich kann jetzt mal fahren okay bei mir kam auf einmal bei mir kam auf einmal ein auto ach nein ja ja ein schwarzes auto kam aber von ihm habe ich einfach gerammt ja ja aus dem nichts ey mann so ein assi hier vorne ich komm gut durch ich komm gut durch ich komm hier gar nicht durch ich sehe auch gerade die autos nein ey das ist hier so ein assi ja jetzt aber jetzt hast du das hast du davon so viele autos und armstrong natürlich wieder soll mal abhauen armstrong die gummi springen der armstrong der will mich tollen alter kasper komm her ja ich überspringe ich überspringe so nicht überspringen komm schon her ich schaff's nicht ich schaff's nicht die sind die träume ich verspringe ich habe übersprungen ich habe übersprungen auch das ende hier sehr gut um den zugehörigen zum start zu gehen sehr cool ey nächstes mal können wir noch die anderen wege nehmen freunde ich muss überspringen ey wenn ihr wollt dass wir noch ein zweimal machen dann lasst ein like und auch ein abo da folgt mir gerne auf instagram da antworte ich einfach jedem also wenn ihr mal mit mir schreiben wollt gerne auf instagram link dazu in der video beschreibung tue mir den gefallen tschüss von meinen videos aus für uns morgen nächstes video bis dahin und tschau tschau